Musik Ich habe keine Ahnung, was ich mir von dem erwarte. Ehrlich gesagt, ich habe nur schnell das BDF gesehen und dann haben wir gedacht, okay, das schaut ziemlich schräg aus. Ich glaube, die Schwierigkeiten sind auch einfach einen Platz zu finden, der halbwegs passt für ein Bild. Weil wenn es einfach nur so ein Haufen ist und man in die Autos drin klebt, dann schaut es nicht so gut aus. Aber wir haben jetzt eh was gefunden, was ein bisschen wie ein Dach ausschaut und dann ist ein bisschen der Kletter ähnlicher, sagen wir mal so. Beim Dreh hat es schon ganz gut gepasst, dreckig bin ich ziemlich, aber sonst hätte es, glaube ich, gut hingekommen. Musik Mit dem Reiner, ja, mit dem Reiner ist immer auch Gaudi-Fotos machen, das passt ganz gut. Wir sind ja schon ein bisschen ein eingespieltes Team von dem, er ist gemütlich. Musik Die Schwierigkeiten da waren sicher, man ist leicht. Also es ist eigentlich, wäre es mir lieber gewesen, wenn es ein bisschen bewölkt wäre. Gibt es ein bisschen eine dreschigere Stimmung. Wir haben es ausgenutzt, so gut gegangen ist. Musik Ich bin eigentlich sehr zufrieden, was ich jetzt so kurz am Display hinten angeschaut habe, mit dem Bass zusammen. Musik 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 Spaß, gut, super. Super, Anna, gut, pass doch mal.